Der Muni auf dem Friedhof. Noch gar nicht so lange ist es her, seit die Halbschweiz in einer Aufregung gewesen ist wegen zwei Monaten, die in einem Bauer auf dem Weg zum Metzger davon konnten. Die Sympathie war total auf der Seite der Flüchtlinge. Man hätte meinen können, es hätte noch nie ein Möckli Fleisch zwischen den Zenden gehabt. Die Zeitungen haben die Stimmung noch zusätzlich angeheizt, dass man das Gefühl bekommen hat, fast das ganze Volk sei an der Jagd nach diesen zwei armen Tieren beteiligt, um sie vor den Mördern zu retten. Zur allgemeinen Freude war der eine von beiden ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden. Und als er schliesslich auftauchte, hat er dank dem gespendeten Geld ein Plätzchen im buddhistischen Zentrum auf der Regie bekommen. Der Glücksmuni bekommt eine Herde, steht das grosse Schlagzeile über dem Artikel der Luzerner Zeitung, den ich Ende Juni auf die Seite gelegt habe. Und weiter, die Glücksträne des Fluchtmunis geht weiter. Nicht nur darf er nun auf der Regie weiterleben, sondern er bekommt auch eine Kuhherde. Ja, dieser Muni kann wirklich von Glück reden. Im Fall, dass irgendein männliches Wesen auf einem Muni eifersüchtig geworden ist, vergeht ihm das Verlangen spätestens dem, wenn er zum Schlussabschnitt kommt. Zuerst muss der Muni aber noch kastriert werden. Da kann ich nur noch sagen, viel vergnügen. Dass man früher es um einem Muni Ochs gesagt hat, wissen die heutigen Zeitungsschreiber natürlich nicht mehr. Weniger märlehaft, aber nicht weniger spannend, ist die Flucht von dem Muni verlaufen, den sie in Marbach einmal haben wollen metzgen. Schon als junger Burscht hat Fritz vom Vater das Geschäft übernommen. Er hat seine Ausbildung in einer Grossmetzgerie in Montreux gemacht und hat dort grosse Chancen gehabt, ganz hoch oben einzusteigen. Aber irgendwie hat es ihm halt im Entli-Buch doch besser gefallen und so ist er wieder heimgekommen. Am Anfang musste er beim Handel natürlich noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, besonders, als es im Werkgebiet noch die bekannten Ausmerzaktionen gegeben hat. Alle 14 Tage war es zu diesem Zweck der Schlissmatte im März, wo die Bauern ihre jungen Muni oder Rindli mit der Unterstützung vom Bund zu einem anständigen Preis verkaufen konnten. Später wurden solche Aktionen durch die Direktzahlungen abgelöst. Manchmal wurde Fritz auf diesem Markt abgeboten. Er hat schon gemerkt, dass man ihn als junger Schnufer anschaut, der unter den alten eingesessenen Viehhändlern nichts zu suchen hat. Es ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als in den ersten 20, 30 Krippen mehr 40 Kilo zu zahlen als normal. Das hat für ein mittleres Stück Vieh noch gleich eine Hunderternoten ausgemacht. Er hat aber nicht die Lücke gelassen. Und nach einem Jahr, zwei Jahren wurde er schliesslich auch von den meisten Händlern und Kollegen respektiert. Bei den Bauern war das nie ein Problem, weil sie schon gleich gemerkt haben, dass man bei ihm mit einem fairen Preis rechnen konnte. Wenn ausnahmsweise kein passendes Tier rum war, hat der Viehhändler auswärts für etwas geschaut. Als Fritz einmal vernachet, dass der Portman Söp auf Sorsi am März geht, hat er ihm berichtet, Nimmst du mir einen jungen Muni nach Hause, so etwa gegen 500 Kilo. Söp hat ihm am anderen Tag und Mittagszeit einen ganz schönen Stier gebracht. Dieser Muni ist in einem Freilaufstall aufgewachsen. Sollte gab es durch diese Zeit nur selten. So ist er vom Transport her, und eben dann auch, weil er in seinem Stall zu Hause frei rumlaufen konnte, ganz stürmig gewesen. Die Angestellten, die extra früher gekommen sind, haben ihn fast nicht zur Benne ausgebrungen. Es ist ihm aber zuletzt doch noch gelungen, den Muni in einem kleinen Raum zu spüren, der am Schlachthaus angebaut war. Dieser hat eigentlich eher an einem Färch gelichen, mit einem Mauerli draussen, der nicht ganz 1,30 Meter hoch war. Dort hat er weitergetöpelt und ist auf einen Metzgergesell und den Lehrbüben los, dass er keine von beiden trauen zu schiessen. Auch nicht von aussen her. Darum ist einer der Erika auch zu sagen, sie sollen den Fritz wecken. An diesem Sturm hier unten machen sie nichts. Der Fritz, der gerne ein Mittagsschläfchen gemacht hat, wenn er am Morgen früh aufmüssen musste, hat den Schiessapparat genommen und ist zum Schlachthaus runter. Ihm hat es nichts gefürchtet. Er hat schon Monaten umgelassen, die ganz ein anderes Kaliber hatten, 1'000 oder sogar 1'200 Kilo schwer. Auch war er sich von der Stifte her als solches Fee gewonnen, der im Freien aufgewachsen ist. 2'3 hat das Schlachthaus einen Gläuseanschluss gehabt, wie es Vorschrift war, wenn man in die Portfee hätte metzgen wollen. Die Tiere waren in den Eisenbahnwagen nicht angebunden. Und wenn das Tor hinterher geschoben worden sei, dann seien die Rinder aus den Wagen raus und in das Schlachthaus eingeschossen. Es sah aus wie in einem Wildwest-Film, hat Fritz erzählt. Wenn es den Alben an die Schiessen gegangen sei, hätte ich von den Metzger niemandem vor dir stehen wollen. Einen um den anderen sei ins Hinterglied zurückgetreten und hätte gesagt, willst du? Geh doch du! Keine haben zu diesen Rindern eingetraut. Das Letzte musste Fritz diese Aufgabe übernehmen. Er war auch der Grösste von allen und wer weiss, vielleicht hatten sogar die wildesten Tiere Respekt vor ihm. Jetzt ist Fritz also vor dieser Mauer bei seinem Schlachthaus gestanden und hat gewartet, bis der Moni endlich ein wenig zahmet hat. Der hat er mit seinen längen Armen darüber eingereckt und ist mit dem Schiessapparat von hoch oben runter ganz säuberlich am Kopf zugefahren. Als er gerade vor der Stirn zu gewesen ist und hat abdrücken wollen, schüttelt der Moni plötzlich den Grind, trifft Fritz eine Hand mit dem Schiessapparat, die Hand zuckt zusammen, drückt automatisch auf den Hebel, der Schutz geht ab, es gibt einen aussinnigen Klopf, aber der Stift geht nebentür und streift sein Handgelenk und den Unterarm. Doch für das hat Fritz keine Augen. Er sieht etwas, was er bis da noch nie gesehen hat. Der Moni ist wahnsinnig erklüpft. Er nimmt aus dem Standen Satz über die brusthohe Mauer aus, rennt zwischen Metzgerei und die Bäckerei durch das Ledergässli auf, über die Kantonsstrasse, wo dort ums Hotel Kreuz herum einen scharfen Rand gemacht hat. Du lieber, wenn gerade ein Auto zu fahren oder eine Frau mit dem Kinderwagen zu laufen gekommen wäre. Dann über einen Oberdorfplatz gegen die Kirche drei Metzgerei einer Aufregung hinterher. Ein paar Meter nach dem Friedhof-Eingang war gerade ein frisches Grab. Der Moni ist drauf los und hat Kränze und Blumen abgeräumt, bevor ihm jemand nahmog. Der Fritz hatte sowieso vor er abgestoppt, weil ihm die Erika, die auch hinten angesprungen ist, gerufen hat, Jesus Gott, du blütest ja am Arm, wie verrückt! Als er durch die Hand in die Höhe gestreckt hat, ist er ganz warm durch den Arm hinterher gelaufen. Erst jetzt hat er gemerkt, dass von den Handen weg am Unterarm eine Länge Wunde gesendet hat. Geh, rufe den Doktor an und hol das Auto. hat er zu Erika gesagt. Unterdessen hat er mit dem Nastuch einen notdürftigen Verband gemacht. Der Doktor war schon parat und konnte ein Lächeln nicht verklemmen, das er den Hergang vernommen hat. Er wollte gerne noch ein paar Details hören, aber der Fritz sagte ihm, Gott, Fertelli, Beate, mach ein bisschen, pressier ein bisschen, wir müssen helfen, den Moni einfahren. Aber er musste sich mindestens so lange gedulden, bis er den Beat mit sechs, sieben Stich die Wunde zugenommen hat. Er lacht heute noch, wenn er diese Geschichte erzählt. So etwas habe ihm doch noch niemand befohlen. Unterdessen hat der Moni auf dem Friedhof weitergerumor ist in einer Raserei neben der Kirche vorbei, durch das Ober-Friedhof-Tür aus und durch den Büll gestürmt, jetzt noch zwei Metzger, so gut sie hinten nahmen. Der Wasserpräsident im Mittlerbüll, der für seine Fremdwörter bekannt war, kam den Karabiner mit einer Patronen imprägniert und dem Ungeheuer gepasset. Aber mit so einer Waffe im Zeug schiessen wäre doch zu gefährlich gewesen. Er hätte ja einen von den Verfolger oder sonst jemanden prähen können. Als Erika mit Fritz vom Doktor zurückkam, kam man sie in Oberbüll an. Dort hatte sich Moni langsam ergeben und konnte ihn in Schopf hinlücken und das Tor hinter ihm zu tun. In der ein dicken Stutt gestanden und von der Heubühne ist ein Steg runter gegangen. Irgendwie ist es gelungen, von dort aus Moni ein Seil wie ein Lasso um die Hörner zu werfen. Der hat wieder wütend und ist wie ein Wilder um ein Stutt herum gestampft. Etwas Besseres konnten den Leuten nicht lieb tun. Die haben ihn zuerst machen und nachher die Seil angezogen, bis der Grind unbeweglich an Stutt gefesselt war. Als Fritz kam, hatten sie den Moni schon geschossen. Mit zwei Ehe verladen. Mit dieser haben sie ihn zum Ausmetzgen ins Schlachthaus runtergebracht. Die Erika hat, so gut es ging, das frische Grab auf dem Friedhof wieder in die Ordnung getan. Und der Fritz, der hätte in der nächsten Zeit wohl oder über die Hände des Schiessapparats müssen ihn weglassen.